Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiterpart der Let's Play Persona 5, ich bin es, euer Simafix. Beim letzten Mal haben wir hier einige schöne Aktivitäten unternommen, haben hier mit Yoshi den S-Link abgeschlossen und nun hat sie in Persona sich weitererwickelt, auch bei einer Skeptiket fand ich cool, aber... Lassen wir nochmal Kote, für die wir immer noch so dumm sind, als dass ihr was mit uns unternimmt. Ja, ja, ich weiß, ich bin dumm, lacht nicht über mich lustig und ich würde mal sagen, man, ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da alleine da... Ja, aber heute, ihr wisst, es ist nicht so große Prüfungen, ich finde, da müssen wir halt doch einfach mal lernen, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe, aber so ist es halt gut. Gut, heute lernen wir und morgen ist ein wichtiger Tag, denn morgen kommen hoffentlich, können sie das Verbrechen endlich hier ans Licht. Und dann können sie auch mal machen, wenn sie das sind. Das ist unglaublich. Hm. Gut. 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 So, das Pimmeltes Handy ist klar. Ja, der deadline ist morgen. Wir gonna be okay? The pictures are gone. Hier is no having you to threaten us anymore. That is, if we are able to trust what Kanesheer said. Don't say much such scary stuff. We can't relax just yet. He may still end up released from police custody. For real? That is, unless I have devised evidence, like a confession. Unbefahren. Weil er wird einfach alles zugeben. True. There does seem to be some movement. This actually sent me a message saying she won't be at home tonight. There is a chance that the police have found their breakthrough. No? Does that mean it happened? The timing is perfect. I guess let us just hope for the best. I'm gonna stay up all night watching the news and find out. That will not be done, because you have to learn. So. But, guys. So. 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 Ah! Mann! All right! Hey! Hmph! Wanna head back? To be continued... Oh man, who cares? No matter how hard they looked, even our organized crime department couldn't catch Junya Kanashiro. And yet he simply turned himself in. Even confessed all his crimes. The Phantom Thieves. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes. He's absolutely right. Even if it makes someone admit their evil deeds and helps make them pay for their crimes? I hope she hasn't fallen under their influence. The Phantom Thieves. Damn it! Now everyone! Give me an answer. This is it. Very good. Nice going! All right. Unfall. 1. 1. 2. 2. 15. 15. 15. Die Leute sind verrückt mit den Phantom Thiefen online. Schau! Alles kommt zusammen für uns! Das ist ziemlich das Turnaround. All of a sudden, die Leute vertreten ihre lange Zeit in uns. Also, das ist warum Makoto uns gesagt haben, zu posten die Karte auf irgendwoher, wo es sein könnte. Das ist eine sehr intelligente Bewegung. Oh, wo ist unsere fantastische Frau Präsidentin? Hallo? Es ist Makoto. Meine Entschuldigung, aber ich werde nicht mit dir heute sein können. Ich wurde in eine Gespräche mit dem Prinzip. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, aber es ist nicht möglich. Es ist wichtig, es ist eine spezielle NTV über die Phantom Thiefen. Huh? Was hat es gesagt? Sie waren alles über unsere Karte. Wirklich? Insofern, meine Entschuldigung ist heute. Ich werde euch alle wiedersehen. Wer war das? Wer war das? Oh, das ist verrückt. Ich hoffe, dass diese Entschuldigung nicht uns in den Radar der Polizei stellen. Es wird gut. Es wird gut. Es wird nicht möglich, dass sie über die andere Welt herausfinden können. Wirklich. Aber... Sie wissen, was die Konnishiro von Konnishiro gesagt hat nach Ende? Ja, er sagte, dass wir nicht die Einzelnen, die es tun machen. Eh, ich werde es mir nicht verletzen. Wie wir wissen, er war einfach das Schade aus seiner Arsch. Ich hoffe, dass das so ist. Insofern... In-Your-Face, Akechi! Jetzt, was ihr möchtet mit unserem nächsten Ziel? Don't get ahead of yourself. Ansonsten, die Leute erwartet sehr viel von unserer nächsten Bewegung, nachdem wie sie sich gefühlt sind. Wir können nicht nur einen alten Schmo jetzt wählen. Es gibt keine Bedürfung. Während Kamoshida, haben wir drei Konsektivitäten gewonnen, richtig? Wir sollten nur aufhören und warten, um all diese Entschuldigung zu blöden. In diesem Fall, wie geht es noch eine Feinde? Oh, eine gute Idee! Wir können es eine Willkommen Party für Frau Präsidentin, auch. By the way, das Briefcase ist ziemlich verdammt. Wir verkaufen es und fallen die Geld auf unsere Party. Wow! Sieht, dass die »Lay, » und »Wade«« Idee hat komplett aus der Tür. Also können wir dich aus, Morgana. Oh, was du sprach? Was mit der Idee ist? Ich habe nur gesagt, wir sollten versuchen, wir sollten unsere Party auf der Karte zu stecken. Das ist der Wunderschöne. Okay, ich werde Makoto wissen. Hi, Makoto! Es gibt etwas, was wir uns überlegen. Es ist so... Oh. Was ist falsch? Hallo? Ich hoffe, du erinnerst, dass wir die Finale nächsten Woche haben. Yusuke und Morgana, natürlich. Wenn du nicht stand, dann besser du nicht getrennt, okay? Das ist etwas, was ich einfach nicht kann, als Student-Konsel-Präsident. Für jetzt, schau mal und konzentriert auf deine Studierungen. Wir können Spaß haben, wenn die Finale übernommen sind. Ich glaube, ich glaube, dass es die Finale übernommen ist, dass die Finale übernommen sind. oder Prinzipien. Thus, nachdem sie auf der Seite der Justiz, habe ich entschieden, zu Ende meine Investition. Aber das ist nicht möglich! Nicht möglich? Kann ich sehen, die bewirten, die du so führt, zu glauben? Ich habe gerade gesprochen mit dem Direktor einer prästigenden College über deine Anrufe. Es gibt nichts für das. Ich will, auf einen guten College durch meine eigene Mehrheit. Entschuldigung. Hey! Wir sind nicht fertig hier! Herr, ich bin ich. Entschuldigung, dass Sie so interessiert. So. Ja, ich mache weiter. Ich mache weiter. Aber ich habe auf ein paar Probleme. Ansonsten, warum würde jemand so wichtig, als du, interessiert in einem schrecklichen Fall? Nein! Das ist nicht das, was ich bedeutet. Ich werde mit all den Ressourcen für mich. Natürlich! Ich werde wissen, relativ schnell. Ja, ich bringe gute was. Dann, danke für deine... Ich bin zurück. Hi, Sis. Du hast es schuld. Alles ist okay? Keine Angst. Wie geht es dir, Makoto? Hast du mit deinen Studien? Ja, natürlich. Aber... Was ist das Ziel von Studieren? Was meinst du? Ich habe nur gefragt, was ich für mich wartet? Ich habe noch nicht gewartet, dass ich mich im Endeffekt. Ich habe noch nicht gewartet, ich bin noch in eine gewisse Gesellschaft. Was ist noch da, außer der Erfolg? Keine Frage. Ist das nicht der Mann, den Phantom Thief senden eine Karte für? Ich hörte, er hat alle seine Schuld. Auch die Polizei konnte nicht herausfinden, warum. Es war wirklich... Das würde nur Sinn, wenn seine Persönlichkeit verändert. Das wäre nicht möglich. Warum ist es wichtig? Die Polizei hat ihn noch in der Endeffekt, nicht wahr? Ich hatte einen Plan für eine Promotion, aber niemand kann sich für seine Arresten jetzt mit dieser Konfession. Nicht, dass ein Kind versteht. Also, sie war für den Fall. Promotion. Du hast es verändert, Sis. Aber... Ich werde in Ordnung sein. Ich habe endlich einen Ort gefunden, wo ich belonging bin. Ah, du bist zurück. Ah, du bist zurück. ganz klar. Dann dieser Typ mit Glatze, wegen dem er überhaupt hier gelandet ist. Und dann bin ich mir sehr unsicher. Also bei dem dritten da muss ich schwanken. Es ist entweder Akechi oder Sei. Von einem von den beiden werden wir das Herz verändern. Bin ich mir fast sicher. So... This reaction is incredible. I am honestly shocked to see it. It's only natural that people are surprised. Even the police were struggling to catch him. Yeah. By the way, you should... You said you were caught by the principal. Did something happen? It was regarding my investigation of the incident with Mr. Kamashida. Don't worry. I didn't mention I worried about any of you. I essentially told him I was unable to find any information. Are you going to pick okay? I will. I've graduated from my role as the exam player honor student. From now on, I'm going to be more honest with myself. It's quite a refreshing feeling. What are you gonna do now? Wanna stay with the fan of it? That's my intention. Assuming there wouldn't be any trouble. Welcome aboard! It's actually a big problem if you didn't stick with us. We should allow her to join us. It would be greatly convenient. Well then. I hope I can continue getting along with all of you. Oh my god! Oh, was würde ich bloß auch nicht tun? Ich könnte auch gar nicht ohne dich leben. Darf ich heute noch was machen? Nimmer, oder? Uh, darf ich? So. Ey, Leute. Wir haben ja die nächste Stufe erreicht, man. Jetzt muss ich eigentlich gar nichts machen. Jetzt... Ich bin so glücklich. Wir haben ja auch die nächste Intelligenzstufe nach tausend Jahren mal erreicht. So. Dann schauen wir uns mal das hier an. Was haben wir denn hier? Keine Ingredients sein. Scheißdreck. So. Was machen wir denn? Ach, wahrscheinlich müssen wir uns eh eh heute hinlegen, oder? Nicht? Schauen wir mal. So. Storage. Ähm. Kann man uns mal was anschauen? So. Oh! Meine Pflanze! Oh, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Beauty Dreams. Ich vergesse immer meine gute Pflanze. So. Wo kriege ich jetzt meine Punkte? Oh. Kindness. Ah. Gut. Hoffentlich reicht es. So. Sofa. Hey. Hey. Ja, wir machen nur perfekte Siege. Was können wir denn hier? Wir können doch mal wieder was herstellen. Wenn wir schon einfach mal Zeit haben hier. Goem! Uh. Smokescreen. Äh. Nut. Ey, das sind ja echt geile Items. Warnished Ball. Brauchen wir eigentlich auch. Hm. Okay. Warte, 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 warte. Cancel. Element Set. Includes Molotow Cocktail. Free Spray. Stun. Äh. Ey, was für coole Sachen. Na, ich mache jetzt Lockpacks erstmal. So. Basteln wir uns hier was zusammen. Komm, wir haben jetzt zu für drei Professions, Simon. Wenn wir jetzt nicht mindestens zehn davon herstellen können, weiß ich auch nicht. Einer. Weiter, Morgs. Nicht aufhören. Okay. Nächster Lockpick. Und einer geht noch. Zwei. Sehr gut. Und gleich nochmal. So. Fünfe möchte ich schon haben. Dann bin ich zufrieden. Sehr cool, Mann. Ey, wir müssen uns mal hier diese Items mal anschauen. Genau, was wir hier alles cooles herstellen können. Hm. Alter, immer noch, ey. Es ist ja spitzenklasse. So. Äh. Go Ems, ob wir immer machen, oder? Oder? Machen wir uns ein Element-Set hier, Mann. Okay. Komm, mach mal. Was sind deine Gedanken? Ja. Well, dann. Oh, der ist das. Ja, ich sage. Was Makoto? Just tell me the truth! That's preposterous. If what you say is true, was Makoto also running from the police when you were arrested? Now that I think about it, she did start talking a lot about the investigation from Summer onward. Makoto aside, you mentioned one other important detail. Did Konoshiro really say there was someone using the Metaverse besides the Phantom Thieves? Those words could just be taken as you shifting blame to this other person, you know. But why would you fabricate such an elaborate story and then shift the blame elsewhere? There are two possibilities. Either you've simply been trying to confuse me with your lies, or everything you've stated is true. Have you been telling me the truth from the very start? Does that mean you're placing your trust in me? Then again, I am investigating a thief who steals hearts. Very well. No matter how absurd it may seem, I'll reevaluate my stance on believing you, for now. In return, speak the whole truth and nothing but the truth. It's a fair deal. Is that acceptable? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the judgment persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. We're running out of time. Let's move on to your next target. I stand corrected. It was they who targeted your group first, wasn't it? The identity of your opponent is this. We have no pictures. Even their names and identities are unknown. If what you told me is true, then this nav thing you've mentioned wouldn't have worked in this case. How did you target them? Tell me everything. All right. Let's. We have no problem. We are. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020